Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag beschreibt im Prinzip das, was eine funktionierende Senatsverwaltung ohnehin tun muss und tun sollte, nämlich ein fortlaufendes und nachhaltiges Management der Instandhaltung und Instandsetzung unseres Straßenverkehrs, Infrastruktur abzusichern. Sowas nennt sich dann, wie auch in Ihrem Antrag beschrieben, schlicht Erhaltungsmanagementsystem. Jede verantwortlich handelnde Straßenbaubehörde arbeitet so und jeder verantwortlich handelnde für den Erhalt der Straßenverkehrsinfrastruktur zuständige Senator hält dies regelmäßig nach. Nur Berlin ging hier offenbar in der Vergangenheit wieder einmal einen Sonderweg. Die Kritik des Landesrechnungshofs sah klar, seit mehr als 15 Jahren verschläft und verschleppt der jeweils zuständige Senator, im Übrigen in den letzten Jahrzehnten stets von der SPD gestellt, eine Gesamtstrategie insbesondere beim Thema Brückensanierung. Bei entsprechenden Ortsbegehungen und in Beratung mit Fachleuten wurde wiederholt auf das Problem aufmerksam gemacht, dass Berlin bezüglich der Verkehrsinfrastruktur inzwischen einen massiven, milliardenschweren Nachholbedarf wegen unterlassener Instandhaltung und Sanierung hat oder drastischer ausgedrückt, seit über 15 Jahren wird die Verkehrsinfrastruktur fahrlässig kaputt gespart. Ungefähr der gleiche Zeitraum, also etwa drei Legislaturperioden, würde es bei optimaler Kraftanstrengung in Anspruch nehmen, hier wieder aufzuholen und die systematische Fehlentwicklung der Vergangenheit schrittweise aufzuarbeiten. Der Antrag der Koalition will zeigen, wir tun was und setzen die in diesem Haus üblichen Rituale fort, indem man den Senat zu längst überfälligen Selbstverständlichkeiten auffordert, die dieser dann brav liefern soll. Mit Kontrolle des Senats oder dem Anregen von Verwaltungshandlungen durch das Parlament hat das nur äußerst begrenzt zu tun, es ist eher Selbstbeschäftigung und Selbstbestätigung. Wir erinnern uns alle an die jährlich aufgelegten 25 Millionen Euro schweren Schlaglochprogramme, mit denen in Flickschuster-Manier versucht wurde, besonders prekäre Straßenabschnitte wieder flott zu bekommen, ohne ein dahinterliegendes Grundkonzept. Wie schon erwähnt, müsste in einer ordnungsgemäß arbeitenden Senatsverwaltung solch ein Erhaltungsmanagement längst fortlaufend installiert sein und ein Bericht hierzu sowie die aktuelle Prioritätenliste, die dann beispielsweise im Hauptausschuss vorzustellen und zu diskutieren ist, sollte jeweils kurzfristig vom Senat präsentiert werden könnte. So sähe gutes Regieren aus. Die Einrichtung eines Erhaltungsmanagements für die Straßen- und Brückeninfrastruktur in Berlin ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und sollte als Auftakt genutzt werden, dies auf alle relevanten Bereiche der öffentlichen Finanzwirtschaft auszudehnen, wie es in jedem gut geführten Unternehmen selbstverständlich ist. Vielen Dank. Vielen Dank.